Stellaris Neufolge Äh, stopp! Was? Stopp! Oh Gott, was passiert? Ich krieg gerade fünf Fenster aufgeploppt hier. Ja, ich auch. Meine Dyson Sphäre wird gerade... Da ist irgendwas. Was passiert da? Ähm... Ach, die Baustelle ist fertig. Jetzt kann ich sozusagen mit dem Bau der eigentlichen Dyson Sphäre arbeiten. Was hast du? Äh, starten. Was hast du? Für... Das Wahrscheinlichkeitsrätsel hab ich. Und der Tempel des Kreislaufs Zeichen im Stein. Ah, okay. Naja, das ist ganz lustig. Da, äh... Viel Spaß damit. Ich hol mir jetzt grad mal genug Mineralien, damit ich die Dyson Sphäre bauen kann. Dafür musste ich meine... Wie heißt das? Meine Sektoren ein bisschen... Ausnehmen. Jetzt hab ich auch nicht mehr so viele Mineralien. Ich hab Basti eben, bevor wir die Aufnahme gestartet haben, nochmal 10.000 Mineralien gegeben. Äh, das könnte ich jetzt nicht mehr. Gut, dass du vorher sie brauchtest. Jetzt hab ich grad 50.000 ausgeben müssen für die Dyson Sphäre. Das ist schon ganz ordentlich. Ich könnte... Achso, erst mal hallo Dennis. So, jetzt kann ich sprechen. Ja, und hallo Leute. Ja. Ähm... Ich könnte das jetzt in Einfluss umwandeln oder Ausstellung des Spezialprojekts unwahrscheinlich hier geraden. Na, und? Was wirst du tun? Untersuchen. Ganz klar. So, und dann hab ich das Temp... Der Tempel des Kreislaufs Zeichen im Stein. Boah Gott, du musst ja manche Sachen lesen, damit du verstehst, was du hier entscheiden kannst. Ja, du musst das schon... Kannst du nicht einmal wegklicken. Das ist richtig Story. Äh... Was wollen die? Wann dann... Spitz ist gewacht... Aha. Ida, es geht wieder um die Schlange. Ja, es geht immer nur um die Schlange. Ja, es geht immer nur um die Schlange. Ja, wie die Leute ja mitgekriegt haben, wie ihr mitgekriegt habt, hab ich ja so ein Ereigniskette mit dieser Schlange. Was ich jetzt interessant finde, ist, dass dieser... Dass die einen Stein gefunden haben, wo es auch um die Schlange geht, aber auf meinem Planeten. Mhm. Mhm. Ja, das finde ich ehrlich gesagt auch ziemlich cool, dass es plötzlich klar wird, dass, äh... Dass das nicht irgendwas ist, was irgendwo in einem schwarzen Loch dann passiert, oder so, sondern dass das eigentlich alles von vornherein schon überall in den eigenen Welten auch schon vorangelegt war. Also... Echt spannend. Dieses ganze... Und das Erdbeben, was das freigelegt hat, scheint zu gleichen Zeit stattgefunden zu haben, als die letzte Nachricht vom schwarzen Loch Lights End ausgestrahlt wurde. Uiuiui. Das sollte untersucht werden. Das sollte man mal untersuchen, finde ich auch. Irgendwer sollte da mal irgendwas machen. Erforschen. 200 Tage. Hm. So, so, so. Also mein, äh, mein Plan, während du da mit deiner tollen, äh, Story voranschreitest, ist, ähm, noch ein bisschen Flotte zu bauen, ein kleines bisschen wenigstens, und dann, äh, irgendwann Krieg zu erklären, den, ähm, Chefs hier, wie heißen sie? Die, äh, Bakata Mediators, denen den Krieg zu erklären. Und, äh, das Problem, was ich jetzt gerade sehe, ist, dass relativ viele Flotten von unseren aktuellen Verbündeten, sprich auch deren anderen Untertanen, sind gerade in meinem Gebiet. Und ich kann denen ja nicht verbieten, in meinem Gebiet zu sein. Kann ja nicht meine Grenzen schließen für andere Verbündete. Und, äh, das heißt, sobald ich hier den Krieg starte, sind, äh, zehntausende Flotten hier in, die dann gegen mich stehen, in meinem Territorium. Das finde ich ehrlich gesagt ganz schön scheiße. Ähm, da muss ich gerade mal gucken, wie ich das da mache. Also, eigentlich ist meine Hauptchance dagegen, äh, was zu tun ist, hier meine Flotte so stark zu machen, dass es egal ist, was da rumfliegt. Also, wenn da 20.000 rumfliegen, dass ich mir da keine Sorgen machen muss, weil einfach meine Flotte, ähm, 100.000 hat und das also alles wurscht ist. Genau, deswegen baue ich jetzt noch ein paar Schlachtschiffe. So, zwei Stück. Schlachtschiffe sind immer... Kann man immer gebrauchen, ne, dachte ich mir auch. Und immer zwischendurch, wenn ich noch ein paar in Reihen übrig habe, wird noch mal eine kleine Corvette gebaut irgendwie. Ich habe jetzt momentan 90.000 Flottenstärke. Also 100.000 hätte ich schon gern. Ich baue aber auch jetzt gerade noch einen dritten Titan. Momentan, der ist auch bald fertig in einem Jahr, äh, eineinhalb Jahren. Ich habe jetzt 30.000 Angriffskraft in der Flotte. Okay, das heißt, wir haben 130.000, äh, das ist ja schon nicht so schlecht. Wie sieht es momentan an der Front aus mit unseren Schwarmkollegen? Die sind überall in unserer Gegend, also bei mir sind so zwei in der Nähe und bei dir oben sind auch zwei Flotten. Ja, und ganz oben fressen sie sich jetzt langsam doch nach vorne. Ja. Ne, an allen Seiten, die schaffen gerade die anderen zu besiegen. Außer im JANA-System, da kommt eine Flotte von unseren... Oh, da gibt es gerade Action, da gibt es gerade richtig Action. Sehe ich gerade. Ja, ich gehe mal nach... Oh, jetzt ruckelt es hier. Das JANA-System. Ähm, das ist ein riesiges Flottenknäuel, aber das Problem ist, das sind zu wenige von anderen KIs. Äh, das waren nur ungefähr 50.000, 60.000 und die haben da zwei 70.000er Flotten gehabt. Da kommt noch eine 17.000er hinzu. Ja, gut, aber das bringt auch nichts. Ah, das ist zu langsam, viel zu langsam. Die haben sich gerade alle raus-teleportiert. Also sie haben die gegendischen Flotten nicht mal um die Hälfte reduziert von der Stärke her. Schade. Oh, wieder ein Ereignis. Ah, das wird ja immer mehr. Uh, ich habe meine Feuerrate insgesamt um 5% erhöht. Forschung, sehr gut. Nein, doch nicht schon wieder. Immer nach ein paar Minuten schon. Diese scheiß Desynchronisierung. Ja. Man, naja gut. Dann, ihr kennt das Spielchen. Ich speichere und wir sind sofort wieder da. Da sind wir wieder. So schnell kann es gehen. Waren hier nur 10 Minuten oder so. Bis wir wieder gestartet sind. Ähm, genau. Wo waren wir? Ja. Wir waren dabei zu beobachten, wie die KI es nicht hinkriegt. Vernünftig sich zu wehren gegen die angreifenden Schwarmviecher. Hier sind schon wieder irgendwie 10 Flotten von... Oh, hier wird aber gerade mal wieder eine Schwarmflotte besiegt, Basti. Sehr schön. Ich habe gerade ein Ereignis, muss ich gerade lesen. Und zwar ist der Wissenschaftler, glaube ich, ist es wieder aufgenommen. Aus dem schwarzen Loch. Ähm. 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 Was geschieht hier? Bist du wirklich Shibala? Warum... Ähm. Ähm. Was ist der Kreislauf? Er gibt dich, was auch immer du beteilst, wir können dir helfen. Fragen, was endlich... ja bitte mehr forschung gerne immer weiter forschen kreisdorf fragen oder was geschieht hier fragt was du möchtest weiß ich weiß nicht was was beliebt ich fragt was der kreisdorf wieso sind denn meine flotten nicht hier die sollen noch hier sein so ein quatsch so mir ist auch gerade eingefallen ich sollte vielleicht noch armeen bauen wenn ich gleich meine gegner angreifen will dann sollte ich auch ein paar armeen haben ohne ist schlecht habe ich mir sagen lassen machen wir mal hier jeweils fünf im nachbarsystem können wir noch mal ein paar bauen irgendwo hier müssen doch ich nehme einfach die habitate hier da kann ich doch auch überall armeen bauen überall fünf erst mal zack so masse statt klasse so muss das sein und auf meiner heimatwelt kann ich auch noch mal ein paar bauen dann müsste das erst mal reichen und hast du dich jetzt entschieden oder was ich habe mich mit ihnen unterhalten ja ja ich habe mich entschieden was nachgefragt was der kreislauf ist und was ist der kreislauf bis es eigentlich viel gesagt aber alles ein bisschen körperlich dass das schiff die waffen hochfährt ja die sind nicht so mega gesprächig die jungs aber ich weiß jetzt auch überhaupt nicht wo dieses schiff ist das finde ich nicht angezeigt oder es ist schon geplatzt ist natürlich auch so vielleicht ist es auch nur im ereignis gewesen ich habe gerade mein erstes sterntor selbst gebaut ich werde noch ein paar weitere bauen aber jetzt kann ich erst mal ich habe mir jetzt überlegt dass ich so alle fünf systeme ungefähr sterntore haben will also schon viele weil dann kam ich halt echt schnell voran in meinem eigenen gebiet ist aber ewig rum zu fliegen so aber jetzt erst mal eins und eine neue tradition kolonien unterhalt sternbasen um 20 prozent reduziert ihr aber freilich machen wir das so 20 prozent weniger unterhalt ist ja super bestimmt eine gute idee eine kapsel zu untersuchen untersucht die kapsel du wirst etwas interessantes finden die schlange so eine kleine genau so eine klapperschlange warum nicht kann ja sein so ja das ist ja sowieso super dass ich das so spät erst darauf gekommen bin dass ich einfach in meinen habitaten hier die in meinem heimatsystem sind armeen bauen kann das ist ja super kann ich alle schön hintereinander anklicken dann geht das ganz schnell mit dem armeen bauen auf meinem heimatsystem auch so boah ich werde so krasse armeen haben und mein titan ist fertig mein dritter sehr schön da teile ich dann mal die flotte auf der titan der auch die dorn der 17 so dann können die jetzt zusammen gehen und dann habe ich hier noch eine dritte flotte sozusagen die besteht nur aus zwei schlachtschiffen das ist ein bisschen wenig sollte ich dann vielleicht noch mal ein bisschen mehr bauen ich habe leider nicht mehr so richtig viel auf lager an mineralien und so in meinen sektoren ich hebe noch mal ein bisschen was ab aber so richtig viel ist es nicht 5000 oder so dann baue ich jetzt damit noch mal ein paar kreuzer ein paar zerstörer und ein paar korvetten damit einfach noch eine halbwegs vernünftige flotte da ist baukosten schlachtschiffe minus fünf prozent baugeschwindigkeit minus 25 plus 25 prozent oder minus 25 sehr gut rumpfstärke schlachtschiffe erforschen ja bitte so weit forschungsschiff forst jetzt bin ich mal gespannt der forscht jetzt diese kapsel die du gefunden hast oder was na dann so meine ganzen süßen kleinen armeen hier das wird so eine geile riesen armeen flotte das sind jetzt schon armeestärke 40 ungefähr sehr geil mehr davon okay der boot der möglichkeit erlaubt ist zum vorsitzenden finanzielle mittel frei ja das hält einen schon ganz schön auf trapp die horizon geschichte also ich gebe den finanziellen mittel ja lass sie doch mal machen oder machen die jungs und mädels es geht weiter erforschen 60 können wir mal auf sehr schnell drehen dann geht das schneller vorbei mit den 60 tagen sehen wir schneller wann was da passiert ja ich kann es bis jetzt nicht sagen du wirst auch noch ein trocken bist du es okay es geht weiter ja die boot der boot an die leine ich habe den booten rekonstruiert okay die frage was sehr gut gerne die spezies ziemlich beeindruckend und zwar auf besorgniserregender weise sie scheint deutlich robust und aggressiver zu sein als unsere derzeitige form die wissenschaftler sind nicht sicher ob für die ausgangsspezies waren und der bote eine modifizierte version unseres genoms darstellt oder anlass wurde ganz und gar ob der bote gar unser vorfahre ist ja könnte ja auch sein dass ihr euch daraus entwickelt habt das war dann sozusagen der wolf zu eurem fuchs ich weiß es stimmt nicht dass die verwandt sind aber der aggressivere kräftigere fuchs so zu sagen okay es sei gehörend sehrhaltig ausmacht dass sie sich anbieten dann okay eine kreative form des vorrats bitte exekutiert sie nee weitermachen mehr ich will mehr erwischen ach das lehnen die jetzt ab noch muss ich wieder warten die schnecken wollen was okay aber ich will doch eigentlich mit denen nur hier handeln dann kriegt er halt noch ja von mir aus kriegt er noch ein paar mineralien geschenkt damit das annimmt so was ist hier der ist wieder der dings abgelaufen der das kriegsrecht machen wir wieder an sehr gut so was ist hier noch irgendein vertrag ist noch abgelaufen mit dem high kingdom of scott mit den süßen schneckis ich habe einfach eine schwäche für kleine niedliche schnecken warum so dann machen wir das so wollt ihr mir vielleicht noch energie credits geben das wäre der absolute hammer ja wollen sie sogar dann nehmen wir die doch direkt noch mit ich klicke einfach immer das an was markiert und diese nebenher alles so halb durch aber ich klicke immer das an dass es weiter geht ja nichts mit beenden weiter ist noch gottes willen wir wollen noch nichts beenden wir wollen wir wollen auch wissen was da noch so passiert ja das hört sich überhaupt nicht besorgnissen nee mach dir keine sorgen nö ich tue nicht so jetzt müssen sich mal hier die die insekten in acht nehmen vor meiner riesigen armee langsam wird die mal richtig ordentlich hier schon über 50 armeestärke und ich bin noch nicht fertig mit euch ich bin noch nicht fertig so dann würde ich sagen ich bin allerdings doch fertig ich denke wir machen eine pause und starten schnell die nächste folge weil dann möchte ich nämlich gerne mich von der unterjochung befreien und bevor die nächste desynchronisation passiert hier zwischen uns beiden wäre schön wenn wir das noch durchkriegen also kleines päuschen nächste folge werde ich krieg führen gegen meine süßen bakata mediators und entweder glorios untergehen oder uns beide endlich von ihnen befreien also schaut einfach weiter zu bis dahin tschüss bis dann tschüss